Ich glaube, wenn ich einmal einen Lotto 6er mache, kaufe ich mir einen Dampflug. Die größeren Kinder, die gefreien sich mehr am Dampfzug. Und die kleinen Kinder, die gefreien sich mehr am Nikolaus. Am Anfang haben sie uns gesagt, was wollt ihr mit der Lotte? Das ist langsam, das ist das und das und das. Fast, wenn sie mit dem alten Glompert. Aber ein bisschen Herz muss auch dabei sein, weil sonst brauche ich das ja gar nicht machen. Jetzt kanns. Mögen tue ich die Züge seit der Kindheit. Ich bin eigentlich mit der Eisenbahn aufgewachsen. Bahnhof Baden ist mein Baby. Und das soll doch so bleiben. Servus! Ja, es sieht ja eh. Herzlich willkommen im GEGA-Museum. Ich bin quasi 24 Stunden für das Museum erreichbar. Wir haben ca. 3000 Arbeitsstunden reingesteckt. Alles in der Freizeit. Da sind viele Wochenenden draufgegangen. Das macht mich dann aber auch wieder stolz, weil ich weiß, das gibt's, weil ich mich regelmäßig darum annehme. Und es ist mittlerweile auch schriftlich abgesichert, dass eines Tages meine Urne hier begraben wird. Das steckt in jedem ein bisschen. Manche können das nur besser unterdrücken. Ja. 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 Ja.